Position, äh, oh Gott, Same Label, vier, wieder vier, drück vier, drück fucking vier. Okay, ähm, das war in Position vier. Äh, eins steht drin. Ähm, Same Label, you pressed the stage two, Position vier. Nee, 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 ahhh. War falsch. Ja, war auch falsch, war ein Label. Egal, nochmal, komm. Hey, aber war doch Same Label, erst in two, nee. Äh, 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 ich weiß es nicht mehr. Äh, okay, wir müssen jetzt halt nochmal. Ich glaub, mein Gehirn schaltet einfach schon ab. Ja, es geht weiter, es geht weiter. Äh, wieder Kabel. Oder? Kabel? Also, fünf Kabel. Rot, blau, blau, weiß. Rot, blau, blau, weiß. Zweites. Ja, passt. Symbole. Ja. Ich hab so ein Lambda mit einem Strich oben drin, einen weißen Stern, die Schlinge und eine Nase. Okay, ich würde es eine Nase nennen. Okay, Sekunde. Ist eine Nase. Ein weißer Stern. Ja, also, er hat einen schwarzen Laden, aber ist weiß ausgefüllt. Okay, äh, Nase? Ja. Was hattest du noch? Äh, so ein Lambda mit einem Strich oben durch, die Schlinge und Stern. Ah, äh, Nase, Schlinge, Lambda, Stern. Ja, passt. Jetzt hab ich das Labyrinth. Wieder. Ähm, ich bin oben rechts. Die markierten Punkte sind von oben rechts, äh, zwei runter, eins links. Und von unten rechts, zwei nach links, ist das andere. Zwei runter, eins links. Wenn du sagst zwei runter, dann befindest du dich aber schon auf der Position, oder? Also, ich geh vom obersten rechten Eck raus. Okay, okay. Wenn ich von zwei runter geh und dann eins nach links geh, geh ich bei den markierten. Okay, dann hab ich's. Und du bist wo? Äh, ganz oben rechts. Und Ziel ist unten rechts, eins nach links. Was? Nichts, eins nach links? Da, da ist mein Ziel. Hä? Jetzt hab ich probiert. Gibt's kein Weg hin. Ich bin, warte. Nein, das Ziel ist bei dir ja nicht markiert. Und wo ich bin, ist bei dir auch nicht markiert. Achso, okay, dann weiß ich aber, was ich bin. Das sind, glaub, nur die zwei eingekreisten Dinger sind bei dir. Okay. Okay, dann musst du nach, äh, links. Ne, warte, du bist unten rechts. Nein, ich bin oben rechts. Oben rechts, okay, eins nach links. Ja. Eins runter. Ja. Äh, eins, zwei, drei, vier nach links. Jetzt bin ich ganz links. Ja? Jetzt eins runter. Ja. Eins nach rechts. Ja. Runter. Ja. Zwei nach rechts. Ja. Runter. Ja. Zwei nach links. Warte. Okay. Eins runter. Okay. Wo ist dein fucking Ziel? Ich dachte, es wäre da. Ganz, ganz unten rechts. Eins links. Achso, dann drei nach rechts. Okay. Ich hab... Fantastisch. Okay, jetzt hab ich noch das Display mit Zahlen und Zahlen-Buttons drunter. Ah, okay, Moment. Wir können es auch so machen. Äh, ich merk mir die Zahlen und du merkst die Positionen, die wir hatten. Das wird eh nicht klappen. Doch. Jetzt los. Äh, zwei steht da. Zwei. Äh, zweite Position. Eins. Okay, jetzt steht da... Zwei. Zwei. Zweite Position. Da steht schon eine Vier. Okay, jetzt steht da... Drei. Dritte Position. Okay, da steht eine Eins. Vier. Same you pressed in Stage Two, also... Äh... Position oder Label? Position, zweite. Okay, passt. Äh, jetzt steht eine Eins drin. Wir sind bei Stage Vier, oder? Ne, fünf. Mit fünf schon, okay. Same Label you pressed in Stage One, also zweite Position. Hey, aber wir hatten noch zwei im ersten Umgang, das hat nicht gestimmt. Egal, von vorne. Ne, Eins steht. Hey, das war doch... Zweite... Zweite Position. Ja. Vier stand drin. Okay, jetzt steht eine Zwei. Zweite Position. Ja, Eins stand drin. Jetzt steht eine Eins drin. Zweite Position. Jetzt steht eine Eins drin. Jetzt haben wir eine Zwei. Erste Position. Das ist schon eine Zwei. Jetzt steht eine Zwei drin. Zweite Position. Es wird anstrengend. Ja. Aber wir hatten noch, glaube ich, ein bisschen Zeit, oder? Weiß nicht? Zeit? 35 Sekunden hatten wir doch. Gut. Fantastisch. So, die nächste Bombe. Ja. Ähm. Oh, nee. Best Time. Best Time war ziemlich schlecht. Gut. Also, nee. Wir werden Spaß haben. Okay. Glaube ich. Ich glaube, der Stream hängt gerade. Echt? Also, zumindest zeigt es das hier im Vorschau-Bild an. Mh, warte, ich gucke kurz selber. Ich gehe mal auf den Ding. Kann ich gleich nochmal neu starten? Warte. Hey, habe ich es nicht mehr offen. Ah, nee. Hier läuft es. Ja, okay. Es läuft, ist ja okay. Ja, also. Ey, wir starten die Bombe. Aber im Vorschau-Fenster hängt es. Das ist egal. Ja, nur nicht, dass es dann... Ich mache mal Ton aus und lasse hier laufen. Ja. Ähm, ja. Dann starten wir die Bombe nochmal. Bist du bereit für die nächste Bombe? Äh, ja. Ja, du klingst sehr überzeugt. Es leuchtet nicht beim Live. Das wundert mich. Okay. Es war ausgestellt. Ja, egal, wir machen die nächste Bombe. Es war nicht auf Live gestellt. Hä? Wird? Hä? Bist du noch Live, dachte ich. Ja, ich kapiere es nicht. Okay, ich schließe dieses Fenster und das hier bleibt auf. Wir haben einen Button, wir haben das Labyrinth und wir haben das mit den Zahlen wieder. Button. Button. Äh, gelb, hold. If the button is white, if the more one battery is yellow. Äh, gedrückt halten. Yep, ja gut. Äh, eins im Ding. Ja, mache ich. Guck nach dem Labyrinth. Es steht... Es ist gelb beim Streamen. Ah, cool. Aber ich stream doch. Es läuft doch sogar auch. Ja, aber es zeigt gelb an, nicht grün. Ich kapier's nicht. Was haben wir jetzt? Also, wenn wir stehen... Äh, jetzt Labyrinth. Es hängt, glaube ich. Nein, mit mir läuft. Nein, es hängt nicht. Also, ich kann's schon schauen. Ja, okay. Hä? Ich weiß nicht, warum das da... Ist live, sagt Jonas. Gut. Gut. Naja, ähm, also... Äh, also... Erlaub im Moment. Meine markierten Dinge sind, äh, ganz unten rechts, zwei hoch. Ganz unten rechts. Und davon nochmal zwei links. Zwei hoch, zwei links, ganz unten rechts, hoch. Ganz unten rechts, zwei hoch, zwei links. Ja. Beides. Nein, nein, also ganz unten rechts ist nur die Referenz. Ja, und dann ist... Du hast eins... Markiert ist dann zwei oberhalb. Und zwei links davon nochmal. Ja, okay. Wo bist du, wo ist das Ziel? Äh, ich bin ganz unten links, zwei rechts, eins hoch. Da ist dein Ziel. Äh, drei hoch? Nee, nee, warte mal. Ich bin ganz unten links, zwei rechts, eins hoch. Und mein Ziel ist zwei links davon. Ach so, zwei rechts, eins hoch. Zwei links davon. Links, hoch, hoch, links. Ja. Runter, runter. Wunderbar. So, Zahlen. Äh, nee, ich hab ne Eins. Ja, ich hab das Ding nicht. Eins. Zweite Position. Äh, okay. Moment. Ja. Zweite Position. Jetzt hab ich ne Eins. Äh, Nummer vier. Okay, ich war beim ersten. Zahle. Äh, jetzt steht ne Eins drin. Erste Position. Falsch. Fängt von vorne an. Äh, Eins. Steht drin. Ja, zweite Position. Drei. Aus. So, jetzt haben wir zwei steht drin. Zweite Position. Okay, stimmt. Äh, Eins stand drin. Das war doch genau das gleiche wie gerade. Jetzt steht zwei. Jetzt steht zwei. Jetzt steht zwei. Zwei. Same label you pressed in Stage one. War das ne Zwei? Das weiß ich nicht. Ne, war kein Zwei. Fuck, ich hab eh keine Zeit mehr. Was? Vier. Erste Stage wieder. Vierte Position. Ich bin wieder tot. Vierte Position. Ich bin tot. Ach so. Ja, okay. Ja. Hey, aber ich, irgendwie, bin ich von der Bombenposition verwert, weil teilweise von der Zwei verdeckt ist im Time und teilweise, ne, das ist ja nur die Uhr, die ist verdeckt. Ach so. Gut. Eigentlich verdeckst du die Uhr, ich hätte uns auch gleich rauslassen können. Geil. Naja, egal. Ja, wir shotten jetzt nochmal. Ja. Wir müssen die Bombe ja shotten. Geht ja nicht anders. So, was haben wir denn? Wir haben, oh, das Ganze zieht sich jetzt noch nicht, aber das machen wir nachher. Knopf. Äh, blau press. Okay. Gedrückt halten. Ja, äh, rot. Eins im Countdown. Okay, machen wir. Jetzt such mal nach so einem, äh, kennst du dies mit so vier Farben, wo du dann nach und nach dir angezeigt wird, was, was du drücken musst. Ah ja, Simon Says, hab ich. Hab ich. Ja, äh, du musst die mir jetzt irgendwie Farben konvertieren, weil die Farben nicht stimmen. Auf jeden Fall, bei mir ist gelb blinkt gerade. Was? Äh, gelb, yellow, flash. Ja. Okay. Äh, no strikes, one strikes, two strikes, was? Ich hab, wir haben noch keinen Strike. Okay, no strikes. Grün. Die Strikes sind, wenn man gefällt hat. Grün. Okay, also grün, ja. Ne, grün war falsch. Jetzt haben wir einen Strike, jetzt ändert sich's. Das steht da jetzt rot drunter. Also, jetzt gelb blinkt. Guckt doch nochmal genau nach, ob nicht jemand versteht. Moment. Also, wenn es gelb blinkt. Gelb. Es ist wieder gelb. Es blinkt wieder gelb. Dann. Grün. Na, fuck. Ähm, ähm, ich hab, ich hab dumm gedrückt. Das dachte ich ja noch nicht. Ist ein Selbstlaut drin oder nicht? Das spielt irgendwie auch eine Rolle, aber ich weiß nicht wo. Es spielt eine Rolle, ob ein Selbstlaut drin ist. Äh, in der Seriennummer. Das kann ich nachschauen. Äh, wir haben kein Selbstlaut. Kein, okay. Selbstlaut, die waren doch A, E, I, U und so. Ja, genau. Ja, ja, genau. Okay, wie blinkt es? Äh, gelb. Ich habe zwei Strikes. Rot. Ja, stimmt. Okay. Okay, jetzt verstehe ich's. Äh, jetzt blinkt gelb-rot. Was wird rot? Rot blinkt. Es blinkt gelb, dann blinkt rot. Du musst wissen, in was rot umgewandelt wird. Erst blinkt gelb, dann rot. Gelb-rot, ja. Rot wird umgewandelt. Kein Strike, oder? Jetzt zwei Strikes. Ach, immer noch zwei. Das zählt weiter. Die gleiche. Seht ihr, Nummer ist die gleiche? Ja. Also kein Selbstlaut? Ja. Dann gelb. Äh, okay, ja. Rot, flash, gelb. Jetzt, ja. Nein, nein, ich habe mir das falsch gedrückt. Naja, ich bin dumm. Ich bin tot. Okay. Boah. Nochmal. Die Zeit wäre gerade eh ausgewiesen, glaube ich. Okay. Also was, egal. So, äh, wir haben Symbole. Ja. Ja, bitte. Ähm, C mit Punkt drin, E mit Pünktchen drüber, äh, Fragezeichen auf dem Kopf und Stern, der innen weiß ist. Äh, E, C, Stern, Frage. Jetzt machen wir wieder das mit den Farben. Äh, bei mir, also ich habe kein Strike, Seriennummer, hat keinen Umlaut und, äh. Umlaut oder Selbstlaut? Ach, ist das gleiche. Ist das gleiche. Und bei mir klingt blau. Blau, gelb. Okay, ja. Jetzt klingt, äh, blau-grün. Also grün jetzt. Ja. Äh, grün. Okay, stimmt. Jetzt kommt... Ja, okay, passt. Das ist nochmal das gleiche. Ähm. Äh, was wird rot? Äh, blau. Okay. Weißt du, du musst dir vorstellen, ich weiß nicht, wie das aussieht, was du vor dir siehst. Ja, das ist klar, das ist normal. Egal, die wir haben es. So, ähm, jetzt habe ich hier wieder das Diskriminate zahlen. Und drunter mehr zahlen. Ja. Ja. Also, da steht eine 2 drin. Zweite Position. Das war eine 2, ja. Jetzt steht eine 3 drin. Zweite... Erste Position. Stand auch eine 2 drin. So, jetzt haben wir eine 3. Dritte Position. Stand eine 3 drin. Jetzt habe ich eine 2 drin. Erste Position. Stand eine 1 drin. Jetzt habe ich eine 4. Same Label you pressed in Stage 3. Weißt du es noch? Ähm, dritte Position. Same Label? Nein, ja, was war das beim 3 drin? Weiß ich nicht. 2 oder 3 oder sowas. Also, es war auf jeden Fall die dritte Position. Äh, es war nicht die 2. Okay, nochmal von vorne. 4. Vierte Position. Ich glaube, ich muss mir echt ein Blatt noch hinlegen oder so. Ähm, jetzt steht jetzt 2 da. Äh, 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 vierte Position. Nein, 4. Äh, 4? Ja, das war die dritte Position. Eins? You pressed in Stage 1. Ja, passt. Äh, position. Äh, war die dritte Position. Ähm, drei? Äh, same Label you pressed in Stage 4. Habs. Alter. Kiss, du bist wirklich. Hoi, hoi, hoi. Alter, war das knapp. Ha, ha, ha. Fucking shit. Ja. Äh, ja, äh, machen wir weiter? Ja. Ja, also, wir, das waren die Basic Bombs. Jetzt kommen die Moderate Bombs. Aha. Mhm, mhm, mhm. Die von der Spaß. Ja, ganz arg. Auf jeden Fall. So, dann machen wir mal. 5 Minuten, 3 Minuten, du, du, du. Da kommen bestimmt wieder die Tolle. Ja. Ja. Ja, das mag sein. Ja, was haben wir denn jetzt Schönes? Ähm, so. Licht ist noch nicht an. Ich hab Kabel. Ja, bitte. Ja, Sexkabel. Ist rot, rot, schwarz, rot, weiß, blau. Rot, rot, schwarz, rot. Keine, keine gelben. Keine gelben. Und, äh, the last digit of the serial number is odd? Ja. Das dritte. Passt. So, ähm, ja, willst du was Neues oder willst du das mit den Farben? Ja, Farben. Okay. Äh, bei mir klingt gelb. Äh, serial number? Äh, ich hab ein U. Also, unten A, also, ja. Gelb. Gelb. Ach, ich, ich hab jetzt, ich dachte, gelb, das hast du schon gelb gesagt. Jetzt hab ich einen Strike, jetzt schau nochmal nach. Also, mit mir klingt gelb. Achso. Äh, rot. Passt. Ja, was, blau? Grün. Ja. Ja, warte. So, jetzt haben wir ein Ding, da hab ich in dem, so, fünf Buchstaben und ich hab, äh, drüber und drunter Pfeile, mit denen ich, äh, Buchstaben durchwechseln kann. Und ich möchte, muss ein Wort bauen, das geht. Fünf Buchstaben. Ja. Ah, wie so eine Slot-Maschine. Genau, genau. Und ich hab halt nur eine begrenzte Anzahl an Buchstaben mit jedem Slot und weiß nicht, welches Wort gehen könnte. Achso. Du musst mir helfen, das zu finden, du hast irgendwo eine Liste. Welche Buchstaben hast du da stehen? Oder steht da immer A, 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 A? Äh, erstes Slot ist zum Beispiel E, H, I, J, X, N. Moment, ich brauch einen Zettel. So. Okay. Also von links nach rechts, was steht da drin bei dir? Äh, das ist eigentlich irrelevant, weil, nee, ich hab auf jeden Fall, in den ersten Slot geht da ein, äh, I, H, E, N, X, J. Was? Okay, dann haben wir zur Möglichkeit, äh, nein, 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 äh, H kann sein, G, nein, 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 nein Hat toll funktioniert Der Stream-Zustand ist hervorragend, sagt YouTube Das ist schön, wenn YouTube das sagt, das gefällt mir total Ähm, ja, something different Was? Ich glaube, wir kriegen andere Also, die Beschreibung ist Klingt doch super Ich glaube, wir kriegen witzige Kabel Oh Gott So, äh, was haben wir denn? Ach, die hat da hinten so witzige Kabel Erstmal normale Kabel Äh, sechs Kabel Schwarz, rot, 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 blau, rot Schwarz, rot, rot, blau, rot Keine gelben Äh, ist das Ölnummer 8 Ich habe keine gelben Äh, Ende Ja, serial number odd Ist even Okay, äh, dann nicht Otherwise, if der exactly one yellow ist nicht Nein, nein, gelbes Äh, otherwise, if der no red ist nicht Äh, viertes Viertes So, machen wir Farben Ähm, ich habe Kein Wobble Was? Äh, Umlaut Ich habe keinen Umlaut Für Farbenzeug Ah, okay Äh, Umlaut Kein Umlaut Welche Farbe? Grün 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 Ah, ja, passt Okay Äh, blau Äh, gelb Ja, ist fertig So, jetzt haben wir witzige Kabel Äh, ich habe hier ein Kabel Äh, da gibt es dann mehrere Phasen Ich habe links die Zahlen 1 bis 3 Und rechts die Karten, äh, die Buchstaben A bis C Und ich habe jetzt ein Kabel, das von, das blau ist und von 1 nach B geht Und ich habe ein Kabel, das schwarz ist und von 3 nach C geht Okay, ich habe es, glaube ich Ich würde fragen, was ich karten muss Within this module, there are several panels with wires Only visible at times Switch to the next panel by using down button And the previous panel by using upper Do not switch to the next, cut the wires directed by foreign table wire Also, was hast du jetzt, Moment Ich habe, äh, 1 zu B in blau und 3 zu C in short Okay, blau wire occurrences First blue occurrence B Ja, das trifft zu Dann steht cut if connected to, dann mach Okay, ja, habe ich Okay Das geht von 3 zu C Nee, von 1 nach B hast du doch gesagt Ja, ja, das schwarze jetzt Blau war von 1 nach B Ah, okay, jetzt von, von was? 3? 3 nach C 3 nach C Äh, was für Infos sind von interessieren dich überhaupt Musst du wissen, von wo nach wo die gehen? Äh, ja Muss, oder musst du nur wissen, wohin sie gehen Ach stimmt, ich muss nur wissen, wohin sie gehen Okay, gut, dann sage ich Also schwarz C Und du, und heb den Finger drauf Damit du dir merkst, wie oft die einzelnen Kabelformen schon aufgetaucht sind Ne, warte First black occurrence Ist das erste Mal, ja? Ja Äh, A, B oder C durchschneiden Ja, genau Okay, weiter geht's Äh, schwarz B, blau A Äh, rot B Schwarz B Ja Äh, schwarz nicht schneiden Okay Blau, blau A A oder C schneiden Ja, ähm, 6 B Äh, rot B Meine Finger sind zu wenig Rot B, nein Okay, ja, hat gepasst So, äh, rot, nee, warte mal Schwarz A Schwarz A, nein Okay, äh, rot C Nein Hat gepasst Äh, rot A Ja Okay Äh, blau B Ja Okay, nochmal blau B Nein Fantastisch Erfolgt reich die Bolle Perfekt So, einen Moment, ich muss kurz hier was hören Moment Moment Pabu hat vor 5 Stunden eine Büroklammer verloren und hat sie jetzt wieder gefunden Wir können sehr stolz auf ihn sein, glaube ich Ähm, ja, machen wir doch gleich wieder pro nächsten Ja Ja, so Los geht's Ja, was habe ich denn? Ich habe hier nur diese Kabel von gerade eben, wollen wir die gleich machen? Ja Okay Ähm, ja, wir haben einmal, äh, rot C Ja Schneid Ach so, schwarz A Ja Okay, äh, blau C Nee Okay, weiter geht's Äh, rot C Nö Äh, blau B Nö Okay, passt Äh, blau C Nö Äh, blau B Nö Okay Okay, passt Äh, schwarz C Ja Äh, rot C Nö Äh, blau B Ja Wunderbar Äh, wir hätten das mit den Worten oder noch was Äh, Symbole haben wir noch, machen wir Symbole Machen wir Symbole, die sind schön Äh, C Äh, C mit Punkt, äh, Fragezeichen auf dem Kopf E mit Punkten und Schlinge E C Schlinge, Fragezeichen Passt So, willst du das Neue oder das mit den Worten? Welches mit Worten war das? Äh, das wo oben ein Wort steht und dann... Mach, versuchen wir das So, also, oben steht They are Okay, Moment Okay, Moment Okay Ah, jetzt ist hier bei mir in der linken Reihe auf der zweiten Position Da hab ich ein... Using the label from... Ne, das steht bei mir first Jetzt musst du jetzt auf die Rückseite nachschreiben Jetzt bin ich bei der Liste Ähm, poste first, first button that appears in its corresponding list Bei mir steht jetzt left, okay Yes Ja, jetzt hab ich Passt Okay Okay, jetzt das nächste Jetzt hab ich es dann Wir haben jetzt das Wort der Also, dort Dort Ne, ihr Der, ihr Ist es Äh, ja Will ich angucken? Ah, ganz unten links Äh, dann Steht da Ja Ja Worte kurz Es ist auf Sure Okay Okay, nee War falsch Hä, das steht aber Hä, hier ist fucking Dunn Und dann steht da Sure Ja War Sure das erste Ja Selbst Naja, egal Jetzt steht Yes drin Okay Äh Wo ist denn hier fucking Yes? Ich bin doch blind Ah hier Äh Links Zweites von oben Äh Juh Also Y nein ohne ok da in der liste steht ausgeschrieben oder mit ausgeschrieben ich hätte beide gehabt links von zweites von oben links mit ausgeschrieben